Am idyllischen Ortsrand von Neukirchen am Heiligen Blut, im Herzen des Bayerischen Waldes, befindet sich das Burkhotel am Hohen Bogen. Neben dem großzügigen Haupthaus sind sie in Nebenhäusern mit so klangvollen Namen wie Arbor, Osser oder Dreisessel untergebracht. Ihre stilvollen Zimmer bieten Ihnen komfortablen Vier-Sterne-Standard. Von jedem aus haben Sie einen wunderbaren Ausblick auf die umliegende Natur. Gönnen Sie sich nachmittags einen Kaffee oder Tee und Gebäck. Ist alles von 15 bis 16 Uhr für Sie bereits inklusive. Oder Sie faulenzen eine Runde am Außenpool oder im schönen Hallenbad, ganz so wie es Ihnen beliebt. Tauchen Sie ein in die Bade- und Wellnesslandschaft. Auf rund 2000 Quadratmetern werden Sie beinahe rundum verwöhnt. Sei es mit einer wohltuenden Massage oder in der belebenden Sauna. Aber auch kulinarisch kommen Sie hier keinesfalls zu kurz. Hallo, ich bin der Josef. Hallo, ich bin der Max. Kommen Sie ins Burghotel. Wir verbinden Sie mit bayerischen Spezialitäten. Guten Appetit. Lassen Sie sich Ihre Vollpension-Plus-Verpflegung schmecken. Zu den Mahlzeiten sind übrigens alle Getränke wie Tischwein, Bier und Softdrinks für Sie kostenfrei. Stoßen Sie an auf ein paar wundervolle Tage im Bayerischen Wald im Burghotel am Hohen Bogen. Untertitelung des ZDF, 2020 Also ist nunestabltode gut. Lassen Sie uns anschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Mitte Rabato-Par fever ist bis alivie Time schauh. king